Gute Nacht, Tim. Wir suchen morgen weiter. Jetzt schlaf schön. Draußen ist es schon dunkel. Was macht Tim denn da? Er geht raus zum Spielplatz. Was sucht er da? Den kleinen Wolf. Ohne den kann er nicht schlafen. Wer kommt denn da? Die sucht ihren Ball. Und was sucht Tobi? Seinen Bagger. Und was sucht Nala? Ihre Puppe. Müssen die Kinder nicht ins Bett? Die Katze wundert sich sehr. Wer kommt denn jetzt? Die Mama und der Papa von Tim. Ohne ihren Tim können sie nicht schlafen. Und da kommen noch mehr. Der Papa von Marie. Der Opa von Tobi. Und die Mama von Nala. Jetzt aber schnell ins Bett. Gute Nacht, Tim. Morgen müssen wir nicht mehr suchen. Schlaf gut, kleiner Wolf. Gelaben leichter. Schlaf gut, kleiner Wolf. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020